Ich bin Julian Fauser, 26 Jahre alt, komme aus Stuttgart, bin sportbegeistert im Bereich Fußball und Basketball und Start-up Gründer. Nach der Hochschulreife habe ich mich dafür entschieden im Bereich Sportmanagement meine berufliche Karriere zu starten, habe mich darüber hinaus dann im Internet informiert, welche Angebote es dort gibt und dabei hat mich dann die Wings als Fernstudiengang überzeugt und auch die ersten Kontakte waren sehr, sehr positiv und hilfsbereit und auch die Inhalte im Studiengang haben für mich sehr viel Versprechen geklungen. Ich habe mich in meiner Bachelorarbeit mit dem Thema Fan-Gewinnung und Fan-Bindung beschäftigt. Das ist eine Fragestellung, die ich schon aus der Praxis hatte und habe dann mich dazu entschlossen im Nachgang an meinen Abschluss von meinem Studium mein Start-up zu gründen in diesem Themenbereich. In unserem Start-up Skill Academy 360 geht es darum, Kinder und Jugendliche zur Bewegung zu motivieren mit Hilfe von digitalen Produkten und die Mehrwerte, die wir daraus generieren, natürlich auch für Fußballvereine und Profi-Clubs zur Verfügung zu stellen. Ich konnte sehr viel mitnehmen aus dem Studiengang für mein späteres Leben, beruflich als auch privat, gerade im Hinblick des Zeitmanagements, der Selbstdisziplin, aber natürlich auch ganz vieles brancheninternes Wissen, was mir jetzt für meinen weiteren beruflichen Lebensweg natürlich sehr geholfen hat. Das Besondere bei der Wings war die Kombination aus Fernstudiengang und Präsenzphasen, was es eben auch ermöglicht hat, die Mitstudenten persönlich kennenzulernen, in Austausch zu kommen, woraus sich jetzt im Nachgang auch wirklich gute Kontakte, ein gutes Netzwerk und auch die ein oder andere Freundschaft ergeben hat. Viele Module aus dem Studiengang haben jetzt meine Richtung, meine berufliche Richtung geprägt, auch in der Hinsicht, dass daraus natürlich auch der Funke für die Idee entstanden ist, aus der sich mein Start-up gegründet hat. Aus meiner Zeit bei der Wings kann ich für mich mitnehmen, dass die Kombination aus Theorie und Praxis für mich sehr zielführend war und ich viele Freunde kennenlernen durfte, mit denen ich nun beruflich viele Anknüpfungspunkte habe. Die Besonderheit am Sportmanagement-Studium war auf jeden Fall die Kombination aus Theorie und Praxis. Allen Studierenden würde ich empfehlen, frühzeitig ein Netzwerk aufzubauen, das auch zu pflegen und sich thematisch zu fokussieren. Die Besonderheit am technischen Die Besonderheit am Find Niger Aber Alice Die Besonderheit am zum Qual thread